Hallo zusammen, ich möchte euch Cardflows vorstellen. Cardflows ist ein Plugin für WordPress, also eine Ergänzung zum Shop-System, mit dem ihr wirklich alles aus WordPress rausholen könnt, was man für einen modernen Shop braucht. Schauen wir uns das einmal an, worum es im Prinzip geht. Klassisch sieht es so aus, dass wir Traffic generieren über unsere Werbung, die dann auf die Website kommt, unsere Produkte sieht und unser Produkt kaufen soll. Hier hört dann in der Regel der normale Shop auf. Wir haben aber verschiedene Möglichkeiten, hier mehr aus dem ganzen System herauszuholen. Punkt 1, wir können unsere Produktseite, also die Website an sich, mit dem Page Builder, den wir nutzen, durchoptimieren, sodass das Produkt wirklich perfekt präsentiert wird. Im zweiten Schritt haben wir dann die Kassenseite und auch diese können wir optimieren. Wir können Felder rausnehmen, die wir nicht brauchen. Wir können zusätzliche Angebote hier reinbringen, die Bump Offers, sehr effektiv. Und da hört es aber nicht auf, wir können dann Upsells, Downsells nach dem Kauf anbieten, die über einen Klick sofort gekauft werden können. Und dann haben wir eine finale Danke-Seite, die dann letzten Endes den Kaufprozess abschließt. Also dieser ganze Prozess wird über Cardflows abgebildet. Man kennt das von anderen Softwarelösungen, die sehr hochpreisig sind. Hier können wir unseren kostenlosen WooCommerce Shop mit diesen Funktionen ausstatten. Schauen wir uns mal die wichtigsten Features an. Wie ich gerade schon sagte, zunächst einmal können wir Landingpages für unsere Produkte bauen. Also die Produktseite von WooCommerce sieht nicht so richtig prickelnd aus. Mit Cardflows können wir diese jetzt gestalten, wie wir wollen. Wir können die Checkout-Seite anpassen und zwar mit WordPress selbst. Das ist in Arbeit, das kommt demnächst. Aber auch mit allen Page-Bildern, die wir sowieso nutzen. In meinem Fall ist das der Divi-Bilder. Wir können zudem Bump Offers in die Seiten hineinbringen. Wir können die Thank-You-Page freigestalten und Upsells und Downsells anbieten. Schauen wir uns den Checkout einmal an. Klassisch ist es so, dass wir hier sehr viele Felder im Checkout-Prozess haben. Wir haben hier also die Versandadresse, wenn ich ein digitales Produkt verkaufe, brauche ich die zum Beispiel nicht. Wir haben die Felder für zusätzliche Informationen, brauchen die meisten auch nicht. Es wird immer die komplette Adresse abgefragt. Das könnte man vielleicht innerhalb eines Feldes machen. Es fehlt die Möglichkeit, Garantieboxen in die Seite zu integrieren, also Money-Back-Garantie und solche Geschichten. Also hier ist WordPress etwas rudimentär aufgestellt. Ist aber nicht schlimm, denn all das können wir jetzt über Cardflows leicht ergänzen. Und zwar in einem sehr stylischen Design. Ein Design, das erprobtermaßen funktioniert. Schauen wir uns ein bisschen weiter an. Dann finden wir hier die besagten Order-Bumps. Was ist das? Wenn ein Kunde etwas kauft und in den Warenkorb legt und dann zur Kasse geht, dann können wir hier ein Ergänzungsprodukt anbieten. In meinem Fall habe ich zum Beispiel die Themes von DesignersInnen und wenn jemand in den Warenkorb kommt, dann kann ich hier ein passendes Bildepaket oder einen passenden Workshop dazu anbieten. Und über einen Klick wird dieses Angebot dann sofort in den Warenkorb gelegt, weiter zur Checkoutkasse geleitet, auf die Summe draufgeschlagen, im Checkout ausgewiesen. Und all das passiert im Hintergrund mit dem einen Klick, sodass sich für den Kunden nur die Kassenseite ändert und ich sehe, ah, jetzt habe ich das reingelegt und das sind jetzt die Mehrkosten, die dadurch entstehen. Man muss also nichts weiter ausfüllen. Und dadurch entstehen hier 10 bis 30 Prozent mehr Gewinne, die man allein über einen Warenkorb-Bump-Offer erzielen kann. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, wir haben Upsells und Downsells. Für alle, die nicht wissen, was das ist, sagen wir, wir bieten eine Playstation an. Und dann können wir auf der nächsten Seite, wenn jemand die Playstation gekauft hat, sagen, hey, pass auf, wir haben hier noch ein Ergänzungsprodukt, den Controller. Und wenn er dann hier drauf klickt, dann hat er diesen sofort gekauft. Das ist ein One-Click-Upsell. Man kann das auch ausstellen, dass man hier wieder zur Kasse geleitet wird. Man kann das aber auch als One-Click-Upsell dann wirklich nutzen, wodurch man viel höhere Conversion-Rates hat, weil der Kunde nicht nochmal alle Daten ausfüllen muss, nicht nochmal seine Bankdaten eingeben muss und, und, und. Er kann hier dann direkt kaufen, denn er hat ja schon alle Daten bereits einmal eingegeben. Entscheidet er sich dagegen und klickt auf Nein-Danke. Die Sprache und Buttons kann man natürlich komplett anpassen. Also er klickt auf Nein-Danke. Dann kommt er entweder zur Danke-Seite oder zu einem Downsell. Der Controller war vielleicht zu viel, aber man hat vielleicht ein Spiel, was man dazu legen möchte. Und auch hier habe ich natürlich wieder viele Möglichkeiten, den Verkaufsprozess im Gang zu halten und mehr Gewinne zu erzielen. So, dann gibt es noch links und rechts ein paar zusätzliche Features. Interessant ist abgebrochener Kauf. Das heißt, wenn ein Kunde etwas in den Warenkorb gelegt hat, wenn er schon seine E-Mail-Adresse ausgefüllt hat, er hat der DSGVO zugestimmt und er kauft dann aber nicht. Vielleicht wurde er unterbrochen. Vielleicht hat er sich's gerade anders überlegt. Vielleicht hat das Telefon geklingelt. Man weiß es nicht. Dann kann man hier über die E-Mail nachfassen. Man kann dann hier Cardflows mit seinem E-Mail-Programm verbinden und man schickt dann eine Erinnerungs-E-Mail. Hey, pass auf, da liegt noch was in deinem Warenkorb. Für die nächsten 24 Stunden möchtest du das kaufen? Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es sind hier schon um die 20, 25 Prozent, die man auf diesem Wege zurück in den Warenkorb bekommt. Und das ist eine ganz enorme Menge. Wenn man überlegt, wie viel Zeit und Geld man investiert hat, um die Leute zum Kauf zu bringen, dann sollte man an der Stelle dranbleiben, dass man dann auch wirklich den Deal abschließt. So, dann haben wir ein paar zusätzliche Tracking-Möglichkeiten. Wir sehen also, wie bewegt sich der Kunde durch den Verkaufsprozess. Templates stellt Cardflows zur Verfügung. Wir können aber auch unsere ganz eigenen Templates mit unserem Page-Bilder erstellen. Das Schöne ist hier nur am Rande bemerkt, wenn man ein Template von Cardflows nutzt, dann ist das gleich in unserem Page-Bilder gebaut. Sprich, wir können das einfach öffnen und dann nach Belieben anpassen, wie wir es gewohnt sind. Ob das jetzt mit Divi oder Elementor oder mit WordPress, dem Standard-Page-Bilder ist. Sehr schön ist, dass wir die normalen WooCommerce-Funktion nutzen. Sprich, wir erstellen die Produkte in WooCommerce und wir wählen in Cardflows aus, welche Produkte wir wo zeigen möchten. und die ganze Link-Geschichte untereinander erfolgt durch Cardflows. Da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Sehr flexibel finde ich hier die Möglichkeit, eigene Checkout-Fields zu erstellen. Man braucht nicht bei jeder Kassenseite alle Felder. Hier macht es durchaus Sinn, die Felder auszublenden, die man gar nicht braucht, denn dadurch erhöht man wieder die Conversion-Rate. Andersrum fehlen vielleicht Felder, die man hinzufügen möchte. Beispielsweise die Website möchte man haben oder irgendeine zusätzliche Information. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das direkt in Cardflows zu erledigen. Und hat man sich eine schöne Kassenseite gebaut, dann kann man das nicht nur pro Produkt machen, sondern auch global sagen, hey, pass auf, die Kassenseite, die sieht jetzt wirklich viel schöner aus. Die möchte ich erstmal als Standardvorlage für all meine Produkte nutzen, dass mein Shop schick ist. So, das Ganze ist von Adam Pricer, wird glaube ich ausgesprochen, entwickelt. Dieser Mann ist hinreichend bekannt, wenn es um WordPress, WordPress Plugins geht, wenn es um E-Commerce geht. Empfohlen wird die ganze Geschichte übrigens hier auch von Chris Lima und Troy Dean. Beides auch zwei WordPress-Giganten. Also es sind hier schon sehr gute Referenzen, nicht nur irgendjemand, der dann Cardflows nutzt. Okay, schauen wir uns jetzt mal kurz an, wie das in der Praxis aussieht. Ist Cardflows aktiviert, finden wir hier im Seitenmenü einen neuen Punkt Cardflows. Und hier können wir uns dann unsere Flows anschauen. So viele Einstellungen gibt es hier gar nicht. Wir können einmal sagen, soll der einzelne Flow von Google erkannt werden, also auftauchen in den Suchergebnissen. Nein, das möchte ich nicht. Nur die Startseite der Flow, also die einzelnen Steps, möchte ich nicht in Google sehen. Ich kann eine Global Checkout-Seite bauen, habe ich noch nicht gemacht. Ich muss aber festlegen, welchen Page-Builder ich nutze. In meinem Fall Divi. Dann kann ich Paypal Reference Transactions aktivieren. Die brauche ich dann für die One-Click-Upsells über Paypal. Und dann ein paar Details, da habe ich aber gar nichts geändert. Ich kann hier die Link-Struktur ändern, sagen, wie die einzelnen Link-Bausteine heißen sollen. Da habe ich aber nichts gemacht. Und ein Facebook-Tracking-Pixel aktivieren. Schauen wir uns jetzt mal die Flows an. Da sehen wir, ich habe schon drei erstellt. Jetzt machen wir noch mal einen neuen. Und als erstes wählen wir uns aus, was wir für einen Flow erstellen wollen. Wir sehen, hier haben wir schon ein paar, die wir als Grundlage nehmen können. Den importiert man. Und das dauert jetzt ein paar Sekunden. Der importiert jetzt die einzelnen Layouts, lädt die Bilder dazu. So, und da sind wir. Und hier ist unser Flow. Hier können wir jetzt einen Namen vergeben. Der ist nur für uns. Ich nenne die mal Test. Sage hier Test-Modul mal aktivieren. Dann pappt da erst mal ein paar Beispielprodukte rein. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Flow an, den wir haben. Wie gesagt, das können wir alles umsortieren. Wir können hier weitere Schritte hinzufügen. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir haben. Wir haben eine Landingpage gebaut. Wir haben eine Checkout-Seite. Nach dem Checkout kommt dann ein E-Book Upsell, also ein Erweiterungsangebot. Und wenn das der Kunde nicht wahrnimmt, ein E-Book Downsell und am Ende landet er dann bei der Danke-Seite. Und sollte uns dieser Flow nicht reichen, können wir hier natürlich jederzeit einen eigenen Schritt hinzufügen. Entweder eine andere Checkout-Seite. Hier sehen wir, wir haben sehr viele verschiedene, schick designte Checkout-Seiten. Eine neue Upsell-Seite, eine Downsell-Seite oder eine Thank-You-Page. Oder wir sagen, hey, pass auf, wir bauen uns eine ganz eigene Seite. Für mich reicht jetzt dieser Flow erstmal aus. Speicher nicht vergessen. Und dann schauen wir uns die einzelnen Bestandteile einmal an. Dazu gehe ich auf View. Und hier sehen wir jetzt die fertige Seite. Da haben wir dann den Checkout. Und jetzt pass auf, der Checkout hat jetzt nichts mehr damit zu tun, wie eigentlich WooCommerce aussieht. Wir haben hier oben das Produkt eingebettet. Wir haben hier Testimonials mit drin. Die Rechnungsdetails. Hier nur noch das Wichtigste. Wir können hier dann die Bestellungsdetails noch einmal sehen. Ein Coupon auch sauber integriert. Geschäftsbedingungen bestätigen. Und hier ist dieser Bump-Offer. Dies kann man natürlich komplett auch gestalten nach unseren Bedürfnissen. Aber hier, wenn ich jetzt so aufklicke, plopp, wird dieses Angebot automatisch der Bestellung hinzugefügt. Und dann geht es unten nur noch um Bestellung abschicken. Wenn uns das jetzt nicht gefällt oder wir wollen einzelne Parts ändern, gar kein Problem. Jetzt machen wir folgendes. Wir aktivieren nur unseren Page-Bilder. Und siehe da, jedes Element können wir jetzt frei bearbeiten, wie wir es wollen. Wir können das Cover natürlich ändern. Wir können die Elemente verschieben. Wir können die Hintergrundbilder natürlich unseren Bedürfnissen anpassen. Sagen wir, wir möchten hier kein Bild haben, sondern vielleicht eine Hintergrundfarbe. Wir sind ja völlig frei, jetzt alles in dem Page-Bilder zu bearbeiten. Die Bilder liegen uns vor. Wenn wir sagen, das soll jetzt nicht da in gelb sein, sondern vielleicht lieber in grau. Nehmen wir halt die Sättigung raus. Plopp. Dann haben wir ein graues Icon. Und so können wir unsere Kassenseite nach unseren Bedürfnissen gestalten. Und alles, was wir hier haben, was dynamisch eingefügt ist, ist dann hier der Code für die Checkout-Seite. Und den können wir auch an beliebiger Stelle integrieren, denn das ist im Prinzip nur dieser kleine Codeschnipsel. Den können wir hinpacken, wo wir wollen. Wenn wir sagen, Mensch, die Garantie soll aber nach oben sein, na, dann packen wir halt den Codeschnipsel da drunter. Kein Problem. Wenn ich jetzt die Seite mal verlasse, die Änderung speicher, dann habe ich hier meine neue Farbe. Ich habe zuerst die Garantie-Box und dann kommen die ganzen Rechnungsdetails unten drunter. Und auf diese Weise könnt ihr jetzt eure Landingpage, Checkout-Page, Upsells, Downsells, euren kompletten Verkaufsflow gestalten, Bump-Offer hinzufügen. Und hier haben wir dann das Produkt hinterlegt. Also zappt er ab. Der Kunde kam jetzt über den Link der Landingpage auf unsere Kassenseite. Und unsere Kassenseite, die hat jetzt ein paar mehr Einstellungen. Zunächst einmal haben wir wieder einen Shortcode. Das ist der Shortcode, den ich gerade schon mal gezeigt habe, wo die Kasseninformationen, die Rechnungsinformationen, auf der Seite platziert werden sollen. Da pappen wir den Shortcode hin. Dann können wir jetzt aussuchen, welches Produkt dort verkauft werden soll. Und das kann ein Produkt sein. Wir können aber auch mehrere Produkte auf dieser Seite verkaufen. Das ist egal. Und wir können auch einen Coupon aussuchen, den wir hier direkt auf dieser Seite anwenden wollen. Und natürlich auch Produktvariation aktivieren. Also der Pullover ist rot, grün, gelb. All diese Funktionen kennt man ja von WooCommerce. Hier wählen wir nur das Produkt aus, das wir auf dieser Seite verkaufen wollen. Und ob wir vielleicht einen besonderen Preis hier haben möchten. Dann haben wir die Möglichkeit, unser Bump-Offer zu integrieren. Das war also das besondere Produkt. Das wählen wir hier wieder aus. Welches Produkt möchten wir mit in den Warenkorb legen? Wo auf der Seite soll das Angebot platziert werden? Vor dem Checkout, nach den Käuferdetails, nach der Orderzusammenfassung oder nach der Zahlungsinformation. Dann kann ich hier mein Label natürlich ändern, einen Highlight-Text ändern, kann hier eine eigene Produktinformation hinzufügen, ein eigenes Produktbild natürlich einfügen. Und das finde ich noch das Beste, ich kann hier einen eigenen Discount festlegen. Also entweder ein Coupon, der angewendet wird, oder vielleicht auch einen besonderen Preis. Sprich, das kostet eigentlich 40 Euro, kostet eben jetzt hier an dieser Stelle 20 Euro. Ich muss dazu kein Coupon, kein extra Produkt anlegen. Ich kann hier für diesen Bump-Offer einfach einen eigenen Preis festlegen. Und das ist dann mein Sonderangebot im Warenkorb. Und zu guter Letzt haben wir hier verschiedene Styles. Wie wir dann unser Bump-Offer designen wollen, gibt es da noch einen blinkenden Pfeil zu, welche Farben passen zu unserem Layout. Zum Schluss updaten und dann ist unsere Verkaufsseite fertig. Wer noch weiter ins Detail gehen möchte, der kann hier noch ein zusätzliches Angebot auf der Verkaufsseite integrieren. Oder er kann auch das Design komplett anpassen. Soll es einzeilig sein, zweizeilig oder ein Zwei-Step-Checkout. Zurzeit auch sehr beliebt, denn man füllt erstmal seine eigenen Daten aus, klickt auf Weiter und hat dann die Zusammenfassung. Dadurch wird das Ganze etwas übersichtlicher. Man kann auch hier wieder Farben, Schriften, alles nach seinen Bedürfnissen anpassen, wenn man das möchte. Und wenn wir beim Anpassen sind, der spannendste Teil für mich dann wiederum ist der Bereich Checkout-Fields. Denn ist das aktiviert, kann ich jetzt hier die ganzen Felder, die auf der normalen Checkout-Seite sind, also hier Telefonnummer, ZIP, Country, Apartment-Suite und so weiter und so weiter. Hier kann ich einfach deaktivieren, was ich nicht brauche. In meinem Fall verkaufe ich digitale Güter, damit habe ich keine Versandadressen. Das macht alles nur den Checkout dermaßen voll, zack, alles raus. Was haben wir hier? Vorname, Nachname, alles gut. Das kann ich übrigens auch beliebig dann umbenennen. Ja, natürlich auf Deutsch dann Vorname. Ich kann sagen, ist das ein Pflichtfeld oder nicht. Apartment-Suite brauchen wir überhaupt nicht. Staat brauchen wir auch nicht. Stadt können wir lassen. Postleitzahl können wir lassen. Das ist aber wie gesagt nur für die Rechnungsadresse, muss aber kein Pflichtfeld sein. Telefon nehmen wir raus. E-Mail-Adresse, die ist für mich wiederum wichtig. Und die nehmen wir dann auch gleich nach ganz oben zu Name und Nachname. Und dann habe ich nur die Felder, die ich wirklich brauche. Die übrigen Felder für die Rechnungsstellung, für die Kunden, die möchten, aber nicht als Pflichtfeld, wie WooCommerce das möchte. Und allein dadurch steigert sich natürlich die Conversion Rate ganz enorm. Denn jedes Feld, was wir zu viel haben, schreckt den Kunden ab, den Kauf auch abzuschließen. Okay, das ist Cardflows. Ich denke, ein prima Tool, um hier wirklich seinen Warenkorb mit WooCommerce aufs nächste Level zu bringen. Von mir eine Empfehlung. Das Teil macht Spaß. Es erspart so viele zusätzliche Plugins. Ich habe bislang mit allen möglichen Ergänzungs-Plugins zu WooCommerce gearbeitet. Hier kann ich jetzt viele weglassen, da Cardflows das alles in einem Schritt handelt. In diesem Sinne, ich hoffe, das hilft euch. Wir sehen uns. Ciao, der Marco. Bis zum nächsten Mal.